Wir vergleichen das brandneue iPhone 15 Pro mit seiner Vorgängerversion, dem iPhone 14 Pro. Und ich kann bereits verraten, dass sich mehr verändert hat, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Das iPhone 15 Pro verfügt über einen Rahmen aus Titan anstelle von Edelstahl. Die Einführung einer neuen Aktionstaste ermöglicht Funktionen wie das Stummschalten des iPhones. Die iPhone 15 Pro Kamera hat einige neue Funktionen bekommen. Das iPhone 15 Pro ist mit einem neuen und schnelleren Prozessor ausgestattet. Und nach jahrelangem Warten gibt es nun endlich einen USB-C Anschluss. Jetzt stellst du dir natürlich auch die Frage, ob das alles einen Aufpreis in Höhe von knapp 200 Euro rechtfertigt. Oder ob es sich dann nicht doch eher lohnt, zum günstigeren Vorgänger, dem iPhone 14 Pro zu greifen. Vielleicht hast du auch bereits ein iPhone 14 Pro und spielst mit dem Gedanken, auf das 15 Pro zu upgraden. All diese Fragen werde ich dir in diesem ausführlichen Vergleich jetzt beantworten. Starten wir zunächst mit den äußerlichen Faktoren wie Größe, Dicke, Design, Haptik und Gewicht. Grundsätzlich hat sich dabei nicht viel zwischen dem iPhone 15 Pro und 14 Pro verändert. Das 15 Pro Modell ist minimal schmaler, dafür aber etwas dicker. Diese Unterschiede fallen jedoch kaum auf, bis man die beiden Modelle tatsächlich mal in die Hand nimmt. Dann merkt man nämlich sofort, dass das iPhone 15 Pro mit einem Gewicht von 190 Gramm knapp 30 Gramm leichter ist als das iPhone 14 Pro, welches 220 Gramm wiegt. Dies ist größtenteils auf den neuen Rahmen zurückzuführen, der in der obersten Schicht aus Titan besteht. Im Gegensatz zum Edelstahlrahmen des iPhone 14 Pro. Insgesamt fühlt sich das iPhone 15 Pro durch das deutlich geringere Gewicht und den abgerundeten Kanten des Titanrahmens spürbar handlicher und griffiger an. Es wirkt einfach nicht mehr so massiv wie das iPhone 14 Pro, welches über keine abgerundeten Kanten verfügt. Man kann es sogar leichter einhändig bedienen. Hier hat Apple wirklich alles richtig gemacht. Das Display vom iPhone 15 Pro und 14 Pro ist gleich groß. Doch die dünneren Displayränder des iPhone 15 Pro verleihen dem iPhone ein schlankeres Aussehen im Vergleich zum Vorgänger, wodurch das Display beim iPhone 15 Pro etwas größer wird. Der neue Rahmen des iPhone 15 Pro bietet jedoch einen zusätzlichen Vorteil im Vergleich zum alten Edelstahlrahmen. Er ist bei weitem weniger anfällig für Fingerabdrücke. Ansonsten bleibt die Anordnung der Lauter- und Leiser-Taste, der Lautsprecher, des Mikrofons, die Sperrtaste und der SIM-Karteneinschub unverändert. Doch neu hinzugekommen ist die Aktionstaste beim iPhone 15 Pro. Anstelle des früheren Kippschalters zur Stummschaltung des iPhones findest du nun den Action-Button, der nicht nur dazu dient, das iPhone stumm zu schalten. Mit diesem Button kannst du auch andere Aktionen auslösen. Du hast die Möglichkeit den Fokus auf deinem iPhone zu aktivieren oder die Kamera rasch zu starten, um schnell ein Foto aufzunehmen. Zusätzlich kannst du die Aktionstaste für Funktionen wie die Taschenlampe, die Aufnahme von Sprach-Memos, die Verwendung der Lupe oder sogar die Ausführung von Kurzbefehlen konfigurieren. Trotzdem würde ich die neue Aktionstaste nicht unbedingt als bahnbrechend bezeichnen, da du auch auf dem iPhone 14 Pro in den Bedienungshilfen eine Aktionstaste einrichten kannst. In diesem Fall fungiert die Rückseite des iPhones als Aktionstaste. Durch doppeltes oder dreifaches Tippen auf die Rückseite des iPhones kannst du verschiedene Funktionen auslösen, darunter das Ein- und Ausschalten der Taschenlampe. Die neu hinzugekommene Aktionstaste beim iPhone 15 Pro allein sollte also nicht als ausschlaggebendes Kaufargument betrachtet werden. Eine weitere erfreuliche Veränderung ist der neue USB-C-Anschluss, der endlich das Lightning-Kabel ablöst. Dank des USB-C-Anschlusses kannst du nun sogar ein anderes iPhone mit deinem iPhone 15 Pro aufladen. Außerdem ermöglicht es dir unterwegs, deine Apple Watch mit deinem iPhone aufzuladen. Das ist ziemlich praktisch, oder? Für den neuen USB-C-Anschluss hat Apple im Vergleich zum iPhone 14 Pro ein neues Ladekabel entwickelt. Dieses Kabel ist mit geflochtenem Stoff überzogen, wodurch es weniger anfällig für Beschädigungen ist. Was die Optik betrifft, sollten wir auch die Unterschiede in den Hintergrundbildern zwischen dem iPhone 14 Pro und dem 15 Pro erwähnen. Um das Wallpaper zu ändern, drücke einfach in der Mitte des Sperrbildschirms und wische dann nach links. Klicke auf das Plus-Symbol. Dann öffnet sich ein neues Menü und wir scrollen ganz nach unten. Hier wählen wir das iPhone 15 Pro Wallpaper von Apple aus. Wenn du nach links wischst, kannst du noch die Farbe des Wallpapers an die Farbe vom iPhone 15 Pro Modell anpassen. Das Wallpaper vom iPhone 14 Pro sieht so aus. Auch hier kannst du die Farbe noch passend zum Modell auswählen. Mir persönlich gefällt das Wallpaper vom iPhone 14 Pro besser und aus diesem Grund habe ich für das iPhone 15 Pro ein eigenes Wallpaper erstellt, welches du auch in drei verschiedenen Farben kostenlos herunterladen kannst. Klick dafür einfach auf den Link in meiner Videobeschreibung. Beide Modelle verfügen über Stereo-Lautsprecher. Einen an der Unterseite und einen zweiten, der in die Hörmuschel integriert wurde. Wir starten zunächst die Musikwiedergabe beim iPhone 15 Pro. Jetzt hören wir uns das gleiche Lied beim iPhone 14 Pro an. Hinsichtlich der Lautsprecher sind die Unterschiede kaum spürbar. Der Klang sowohl beim iPhone 15 Pro als auch beim 14 Pro ist kräftig und klar. Der Empfang und die Sprachqualität bei Telefonaten sind eh nicht gut, aber überzeug dich selber. Hallo, das ist ein Testanruf über das iPhone 14 Pro. Hallo, das ist ein Testanruf über das iPhone 15 Pro. Ein wesentlicher Aspekt ist natürlich die Akkulaufzeit. Wenn du erwartest, dass das neue iPhone 15 Pro eine längere Akkulaufzeit bietet, muss ich dich leider enttäuschen. In Bezug auf die Akkulaufzeit gibt es kaum Unterschiede. Mit beiden Modellen komme ich problemlos über den Tag. Zusätzlich unterstützen sowohl das iPhone 14 Pro als auch das 15 Pro kabelloses Laden. Der einzige Unterschied liegt in den Batterieeinstellungen. Unter Batteriezustand und Ladevorgang findest du beim iPhone 15 Pro eine zusätzliche Option. Du kannst nämlich einstellen, dass das iPhone nur bis 80% aufgeladen wird. Diese Einstellung soll angeblich die Lebensdauer deines Akkus verbessern. Beide Modelle bieten 6,7 Zoll OLED-Displays mit einer beeindruckenden Pixeldichte von 460 ppi sowie einer flüssigen maximalen Bildwiederholungsrate von 120 Hz. Dies führt dazu, dass selbst im direkten Vergleich mit dem bloßen Auge keine Unterschiede zwischen den beiden Modellen erkennbar sind. Sogar unter direkter Sonneneinstrahlung bereiten die Displays keinerlei Ableseschwierigkeiten. Die Farbwiedergabe ist äußerst intensiv und dennoch überaus realistisch, was dazu führt, dass diese Displays zweifelsohne zu den besten auf dem Markt gehören. Der neu im iPhone 15 Pro verbaute A17 Pro Prozessor stellt hingegen eine deutliche Verbesserung dar. Dieser Prozessor wird nämlich im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt und ist mit beeindruckenden 8 GB RAM ausgestattet. Im Vergleich zu den 6 GB RAM beim iPhone 14 Pro. In meiner alltäglichen Anwendung habe ich aber ehrlich gesagt kaum einen Unterschied gemerkt. Beide Modelle überzeugen mit ihrer bemerkenswert schnellen und reibungslosen Leistung. Die zusätzlichen 2 GB RAM machen sich höchstens bemerkbar, wenn du hochauflösende Games an deinem iPhone spielst. Nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass der Prozessor im iPhone 14 Pro auch in den kommenden Jahren problemlos mithalten kann. Außerdem verfügen beide über die aktuelle Software, nämlich iOS 17. Apple hat diesbezüglich mittlerweile zugegeben, dass einige iPhone 15 Pro Modelle aufgrund eines Bugs mit iOS 17 dazu neigen, sich schnell aufzuwärmen. Mein Modell war von diesem Problem jedoch nicht betroffen und das Problem sollte mittlerweile auch von Apple behoben sein. Des Weiteren wird das iPhone 15 Pro voraussichtlich ein Jahr länger Updates erhalten als das iPhone 14 Pro. Die Dynamic Island wurde mit dem iPhone 14 Pro eingeführt und ist selbstverständlich auch auf dem iPhone 15 Pro verfügbar. Von der Funktionsweise der Dynamic Island bleibt alles unverändert. Zusätzlich sind beide Modelle gemäß IP68 vor Wasser und Staub geschützt. Vergleicht man das Kameramodul auf der Rückseite beider iPhones miteinander, dann scheint auf dem ersten Blick alles unverändert zu sein. Bei genauerer Betrachtung der Kameraeinstellung gibt es jedoch einige kleine Unterschiede. Unter dem Punkt Formate gibt es bei der Videoaufnahme mit dem iPhone 15 Pro nämlich die Möglichkeit ab sofort in Log aufzunehmen. Dadurch kannst du später noch mit dem Color Grading mehr aus deinen Aufnahmen herausholen. Außerdem kannst du unter Pro Standard beim iPhone 15 Pro nach HIF Max bis zu 48 Megapixel aktivieren anstatt JPEG Max. Zwei weitere Unterschiede gibt es noch. Dafür gehen wir zurück in die Kameraeinstellung und scrollen bis ganz nach unten. Du kannst ab sofort bei deiner Hauptkamera ein Standardobjektiv auswählen. Ich finde 35mm am besten. Sobald du dann die iPhone Kamera öffnest, wird direkt das 35mm Objektiv ausgewählt sein. Zusätzlich kannst du auch mit dieser Einstellung normal aufgenommene Fotos in Portraitfotos ändern und bearbeiten. Willst du wissen, was die besten Einstellungen für deine iPhone Kamera sind, dann klicke auf den Link in meiner Videobeschreibung und schau dir meinen ausführlichen iPhone Fotokurs inklusive Presets an. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das iPhone 15 Pro ein spürbares Upgrade ist, insbesondere durch den leichteren und handlicheren Formfaktor. Der USB-C Anschluss, die Aktionstaste und der neue A17 Prozessor sind ebenfalls nicht zu vergessen. Allerdings handelt es sich nicht um ein extrem großes Upgrade zwischen dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 15 Pro. Wenn du also ein iPhone 14 Pro besitzt, dann lohnt sich ein Upgrade für dich wahrscheinlich nicht. Hast du aber ein deutlich älteres Gerät wie das iPhone 13 Pro oder 12 Pro, dann kannst du natürlich darüber nachdenken, ob ein Upgrade für dich sinnvoll ist. Abschließend muss ich nochmal betonen, dass sowohl das iPhone 15 Pro als auch das 14 Pro hervorragende Geräte sind. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, abonniere meinen YouTube Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nie wieder ein Video von mir verpasst. Außerdem habe ich dir noch ein Video verlinkt, welche Dinge du beim neuen iPhone 15 Pro als erstes tun solltest. Schau dir das Video jetzt an.